Hallo, ich bin auf der Insel Runde. Das ist eine Vogelschutzinsel und wir laufen hier heute eine kleine Runde. Mal sehen, wie es ist. Da unten ist mein Campingplatz. Jetzt sind wir da die Steigung hoch. Am Anfang auch wieder ziemlich bitter. Ich schätze mal 30, 35 Prozent, wenn nicht sogar 40. Dann halt hier langsam den Bergrücken hoch. Auf der anderen Seite, wie immer in Norwegen, geht das Ganze halt noch ein Stückchen hoch. Bis zum nächsten Mal. Das ist dann der Ort, wo sich abends die ganzen Ornithologen, Hockey-Ortoniologen treffen, um die Vögel zu beobachten, die dann alle hier an der Felswand ankommen. Das ist nicht faszinierend hier. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020